Mein Gefühl sagt mir, der holt sich jetzt nicht einen neuen Berater, um bei Bayern zu bleiben. Ja, er baut auf jeden Fall mal Druck auf Bayern auf. Also mit der Personalie einfach grundsätzlich, weil ja Bayern und Zahavi jetzt auch eine Vorgeschichte haben, die einen zwischenzeitlichen Höhepunkt im Check24-Doppelpass hatte. Wir erinnern uns vielleicht Uli Hoeneß, da ging es noch darum, David Alaba bleibt er oder bleibt er nicht, geht er oder geht er nicht. Und Uli Hoeneß nannte dann Pini Zahavi, der ja auch Berater von David Alaba ist und damals war. Ein Piranha. Und es ging eben darum, die harte Verhandlungsweise von Zahavi und er macht es den Bayern nicht leicht. Und das wird er ja auch im Fall Comor den Bayern jetzt nicht leicht machen. Genau das ist meine Frage. Wenn man jetzt die Position vom FC Bayern München einnimmt, muss man ganz klar sagen, der Zahavi hat uns bei Alaba schon Ärger gemacht. Der hatte auch seine Finger bei Lewandowski immer wieder im Spiel. Und jetzt kommt ein Bayern-Spieler, der übrigens in der Vergangenheit mit seinen Anfang 20 schon dreimal den Topfeein gewechselt hat. Er war bei PSG, war bei Juve, ist bei Bayern. Und der stellt diesen Berater an, um eben Wohldruck zu machen. Da würde ich mich als Bayern erstmal zurücklehnen und sagen, ganz vorsichtig, es gibt Verträge, wir bleiben jetzt mal Piano, wir schauen mal, wie es aussieht. Und wir entscheiden das Beste für uns und kommen dem Spieler nicht entgegen. Aus Sicht des Spielers, was veranlasst einen Kingsley Comor zu sagen, ich hole mir den Zahavi, weil der weiß, wie man bei den Bayern Ärger macht. Was bringt er Ihnen das? Na gut, also ich kann jetzt nicht in den Kingsley Comor reinschauen, ich kenne den Jungen nicht. Aber ich glaube, ich würde den Spielern da nicht immer die detaillierteste Agenda unterstellen. Ja, da tritt vielleicht auch der Berater auf den Spieler zu oder die Berater unterhalten sich untereinander und dann wird das Team verstärkt. Ja, also es ist ja auch völlig redlich zu sagen, okay, ich habe da als einen Top-Berater, den hole ich in mein Team. Und erstmal ohne Agenda. Ja, darüber können wir jetzt aber natürlich spekulieren. Möchte Comor beim FC Bayern einen besseren Vertrag, sein aktueller läuft bis 2023. Möchte er die Verlängerung zu besseren Bezügen, das kann natürlich ein Ziel sein. Wäre das gerechtfertigt in deinen Augen? Oh, nee, das ist ein schwieriger Gewohn. Der FC Bayern hat es klar ausgedrückt, in Zeiten der Corona-Pandemie, in denen wir uns immer noch befinden, muss es auf jeden Cent ankommen. Und dann muss auch jeder Spieler Verständnis haben, dass nicht alles möglich ist. Das wurde auch Leon Goretzka zum Beispiel gesagt, dass im Vertrag ja aktuell immer noch nicht verlängert ist. Das wird auch für Coman gennten, aber man muss auch mal den sportlichen Wert sehen. Coman hat sich nach Jahren, wo er immer ein Guter war, aber vielleicht nicht der beste Flügelspieler beim FC Bayern, vielleicht zu dem Top-Flügelspieler beim FC Bayern mitentwickelt. Diego Sané in seiner ersten Saison ist noch nicht so reingekommen. Das war gut, aber da war Coman vielleicht der Effizientere. Gnabry hatte einen Durchhänger. Also Coman war einfach im letzten Jahr wichtig und kann sicherlich Ansprüche stellen, würde ich sagen. Klingt auf jeden Fall so, als gäbe es da in den nächsten Wochen Ärger, beziehungsweise Geschichten, über die wir berichten dürfen. Das sowieso. Du hast aber anfangs, und das wollen wir den Zuschauern natürlich nicht vorenthalten, du hast anfangs angesprochen, dass die Verbindungen nach England geknüpft werden sollen. Was steckt da dahinter? Genau, also Pien Zahavi ist nicht einfach nur der neue Berater von Kingsley Coman, sondern er kriegt das Mandat, wie es genannt wurde, für den englischen Bereich. Also letztendlich geht es darum, Zahavi klopft ab bei Premier League Clubs. Hey, wollt ihr Coman? Wollt ihr euch Coman holen? Darum geht es ja letztendlich. Er bietet ihn an, um Angebote zu kriegen, diese dann bei Bayern vorzulegen und zu sagen, jetzt müsst ihr aber mehr bezahlen, sonst ist er weg. Oder die er natürlich auch Kingsley Coman vorlegt, der sich vielleicht auch überlegen könnte. Also das ist ja der Punkt. Vielleicht geht es darum, dass Zahavi irgendwie die Fahndungsposition in München verbessert. Vielleicht geht es aber tatsächlich darum, dass Kingsley Coman, der jedes Jahr Meister wird, egal ob in Italien, in Frankreich oder eben jetzt jahrelang Deutschland. Im Jahr ist er sogar zweimal Meister geworden, weil er ein halbes Jahr beim einen und ein halbes Jahr beim anderen Klub gespielt hat. Vielleicht möchte er den Rekord schlechthin aufstellen und in den anderen Ländern auch noch zuschlagen. Und die Premier League, da war er noch nicht. Und ich würde tatsächlich auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, rein von der Spielweise her kann ich mir Kingsley Coman sehr, sehr gut in der Premier League vorstellen. Ja, also dann nehme ich gerne den Gegenpart ein. Aufgrund seines Talents, ja. Für mich ist es noch so, dass er nochmal einen Schritt gehen muss, um ein bisschen körperlich robuster zu werden. Er ist nicht gerade der, der durchgeht wie ein warmes Messer durch die Butter, dass er sagt, er ist nie verletzt und sonstiges. Er hat immer mal wieder Kleinigkeiten, immer mal wieder ein paar längere Ausfälle. Die körperliche Konstitution ist gerade auf der Insel bei dem Pensum, das die englischen Klubs haben mit 38 Spieltagen, mit zwei Pokalwettbewerben. Und wenn er zu einem Topklub geht, dann hat er vier oder fünf Wettbewerbe, die er dann pro Jahr spielt. Die Belastung ist höher, die Verletzungsanfälligkeit ist höher und der Fußball ist auch ein bisschen intensiver. Deswegen wäre ich vorsichtig, zu sagen, der passt da perfekt hin, weil er von der Konstitution her in der Vergangenheit immer mal wieder Schwierigkeiten hatte. Wird es ihm aber trotzdem aufgrund seines Talents und seiner Qualitäten zutrauen, dass er da Fuß fasst. Aber dass er da perfekt hinpasst, würde ich nicht sagen. Wollen wir noch kurz einmal, ganz kurz. Unbedingt. Soll Bayern ihn halten, soll Coman nach England? Die Frage ist ja bei uns, muss Bayern jetzt um Coman zittern? Ja, sie müssen zittern. Ich würde aber sagen, ja, sie sollen ihn halten. Denn wenn er ginge, müsste man wieder einen neuen suchen und ad hoc einen neuen zu präsentieren, der gleich passt und diese Qualität und Einwirkung hat, sehe ich nicht. Als du es gesagt hast, ist der Balken bei Ja ein Megaverlust gewachsen. Das ist live hier bei Twitter. Also einmal weiter abstimmen, würde ich sagen. Das ist unglaublich. Also 49,7 zu 50,3, wir haben die 60 zu 60 nicht ganz hinweg. Das wirst du bei uns wirklich angreifen.